Peter, das erste Testspiel endet mit 2 zu 11 gegen Borussia Dortmund. Was waren denn deine Erkenntnisse aus dem heutigen Spiel? Ja, also was wir gewusst haben, dass der Zeitpunkt nicht unbedingt der optimalste ist gegen so einen Gegner. Aber wir haben auch gewusst, dass das schon etwas Besonderes ist für die Jungs. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler dabei. Deswegen haben wir das Spiel auch zugesagt. Es ist auch etwas Besonderes geworden vom Ergebnis. Das werden sie auch nicht mehr so schnell vergessen. Aber man muss halt richtig einordnen. Das sind ein paar Sachen. Wir haben ja selbst jetzt sehr, sehr viele Offensivspieler am Platz gehabt. Da wollten wir schauen, wie viel trauen wir uns zu mitspielen. Das hat dann auch in der Umsetzung nicht so gut funktioniert. Zweitens haben wir sehr, sehr viele junge Spieler gehabt. Da hat sich der Benni leider auch noch wehgetan. Da haben wir auch ein weniger. Die Überlegung war in der Pause, alle zu tauschen. Alle haben es eigentlich verdient, eine Halbzeit zu spielen. Und da kann ich nicht spekulieren damit, dass sich wer weht. Also dann war es eine echte Challenge. Und dann hat man gesehen, dass quasi jeder Fehler auch wirklich auf dem Level auch bestraft wird. Und dann muss man dazu sagen, dass die Jungs von Dortmund auch richtig giftig waren. Die wollten die da erschießen. Es gibt ja dann mal, wo wer zurückschaltet. Das war in dem Fall auch nicht der Fall. Gibt es schon ein Update von Benni Bichler, was der hat? Nein, er hat wieder einen Schlag gekriegt auf seinen Mittelfuß, wo er die Verletzung gehabt hat. Wir hoffen, dass es jetzt einmal nicht so schlimm ist und dass es wenigstens nicht so dramatisch ist, wie es er möglicherweise momentan irgendwie spürt. Ich erinnere mich, in der Vergangenheit hast du eigentlich immer recht wenig Rücksicht in der Trainingssteuerung in den Vorbereitungspartien auf die Partien an sich genommen. Ist dieser Umstand gleich geblieben? Hast du in der ersten Trainingswoche Rücksicht auf diese Partie genommen? Naja, wir haben wenig Rücksicht genommen und wir haben viele Dinge, die für uns in Zukunft auch nicht wichtig sind, was unser Offensivspiel betrifft, gemacht. Normalerweise, wenn du gegen Dortmund spielst, musst du hergehen, musst du dann mit den B6 im defensiven Bereich machen. Da hat man auch gesehen, dass ein paar Sachen dann auch nicht so stimmig sind. Aber ja, wir haben eigentlich keine Rücksicht genommen. Wir haben versucht, ein bisschen was zu machen in unserem Spiel, dass sie die ersten Ideen haben, wie wir dann in den nächsten Wochen und Monaten das entwickeln wollen. Und da sind sie gut unterwegs, das muss man sagen. Und es ist halt jetzt vom Ergebnis her wahnsinnig hoch. Aber wenn das jetzt dann 7-2 gewesen war, war es auch hoch. Also in dem Fall haben wir dann schon gesehen, dann haben wir so ganz einfache Fehler gemacht, wo die ja nur mehr drauf gewohrt haben und dann über zwei sogar gekontert haben. Das passiert ja normalerweise nicht. Aber das ist die Jugend, die sich antreibt und das ist auch gut. Die Jugend wird uns auch begleiten in dem Jahr. Es waren auch einige Spieler mit am Platz, die haben vielleicht sogar die letzte Saison noch bei der U18 begonnen. Was war denn so der Eindruck von den Jungs heute, die da zum Einsatz gekommen sind? Von den ganz jungen Jungs? Naja, wir haben in einer Mannschaft wirklich jetzt einen Zehn- oder Eifspieler gehabt, die zweite Liga begonnen haben voriges Jahr. Man darf es halt nicht vergessen. Und ein paar, die in der U18er gespielt haben, einige wenige Spieler bei den Young Violets, weil wir halt glauben, dass sie Perspektive haben. Und das habe ich schon gesehen. Es braucht halt dann auch Zeit und es braucht vor allem Geduld. Und Zeit ist das eine, das hast du manchmal nicht. Aber mit mir haben sie jetzt jemanden, der Geduld hat. Und da werden wir sich auf diesem Weg ganz einfach begleiten, weil ich glaube, dass wir hier schon einige Spieler haben, die große Qualität haben. Und die muss man halt weiterentwickeln, damit sie wissen, was auf hohem Niveau halt nicht so funktioniert wie vielleicht in der U18er oder Young Violets oder vielleicht sogar auch bei uns beim Training. Und wenn sie halt weiterkommen wollen, dann war das heute schon eine ganz gute Geschichte, wo sie gesehen haben, was man alles vermeiden sollte gegen einen Gegner wie Borussia Dortmund. Dankeschön. Danke.